Hallo ihr Lieben, wir malen heute Galaxien, und zwar mit Aquarell. Habt ihr bestimmt schon ganz viel gesehen auf YouTube oder Instagram. Die könnt ihr einfach so malen und verschenken oder selbst aufhängen oder ihr nehmt die als Lettering-Unterlage. Hier Galaxien braucht ihr Aquarell-Farbe, eine Mischpalette, ein bisschen Wasser und Pinsel. Am besten auch große Pinsel und kleine, so groß und klein, so eine Mischung, das wäre super. Und natürlich auch Aquarell-Papier und ihr braucht noch sowas hier, so ein Abklebeband sozusagen. Ihr könnt aber auch einfach Tesafilm nehmen oder Washi-Tape, je nachdem was ihr da habt und was ihr verwenden wollt. Ich benutze jetzt das hier. Und zwar geht es nämlich darum, dass wir das Aquarell-Papier jetzt auf dem Tisch festkleben werden. Zum einen hat das den Grund, dass wir einen schönen Rand bekommen, also wir malen da nicht ganz bis zum Papierende, sondern wir kleben so, weiß ich nicht, was sind das, so 5 Millimeter ungefähr ab. Zum anderen hat das natürlich auch noch einen Grund, dass das Papier sich nicht wählt. Wenn wir mit sehr viel, mit sehr wasserbasierten Farben arbeiten, dann saugt das Papier sehr viel Wasser auf und dann kann es sich wählen. Das wollen wir nicht, deswegen kleben wir das fest und es soll dann auch so trocknen. Dann könnt ihr es einfach abziehen und dann ist das Papier noch relativ glatt. Wie ihr seht, habe ich hier schon so ein bisschen Farbe vorbereitet. Ich nehme dafür Lila, so ein Pink, Rot und blaue Töne. Davon braucht ihr dann ein bisschen mehr von den dunklen. Ich habe hier noch meine restlichen Aquarell. Wir werden dann noch ein bisschen die Farbtöne mixen. Das Tolle ist ja, dass man mit Aquarellfarbe so unglaublich flexibel ist. Wir werden mit ganz hellen Farben anfangen und uns so stückchenweise nach oben arbeiten und die Galaxie dann immer dunkler gestalten. Wichtig bei Aquarell ist, wenn ihr sehr helle Stellen haben wollt, dann verdünnt ihr quasi eure Farbe mit ganz viel Wasser. So, dann fangen wir einfach mal an. Ich will hier einen hellen Bereich machen. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr für euren hellen Bereich, auch wenn ein bisschen weiß, durchschimmert. Das ist überhaupt gar kein Problem. So soll das aussehen. Und dann mache ich nochmal hier einen großen hellen Bereich. Ihr könnt euch auch ruhig auf Google mal inspirieren lassen von Galaxien. Da gibt es ja auch sehr schöne Bilder. Ihr könnt euch das mal angucken, wie das denn wie so eine Galaxie aussieht. Wie ihr seht, ich arbeite hier schon mit ziemlich viel Wasser. Ich möchte nämlich, dass die Farben ineinander verwischen. Dann gibt das einen sehr, sehr schönen Effekt. Bis zum nächsten Mal. Ja, das Einzige, was ihr für das Malen einer Galaxie braucht, ist Geduld und Zeit. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, ihr baut das Bild langsam auf. Ihr müsst aufpassen, wenn sich euer Papier wählt, dass sich in den Wellen keine Farbe ansammelt. Das sieht nämlich sehr, sehr unschön aus beim Trocknen. Deswegen die Farbe dann lieber abstreichen, trocknen lassen und dann nochmal mit einer weiteren Farbschicht drüber gehen. Ich warte jetzt noch einen kurzen Augenblick, damit die Farbe jetzt noch ein bisschen antrocknet. Und dann werde ich mit meiner zweiten, dritten Schicht beginnen. Nach kurzer Warte- und Antrocknungszeit geht es direkt weiter. Ich nehme jetzt hier das Blau ganz unverdünnt und gehe jetzt hier weiter rein und baue immer mehr auf. Die Farbe verwischt jetzt nicht mehr ganz so stark mit der anderen Farbe, weil die ja angetrocknet ist. Und jetzt müsst ihr so ein bisschen einfach nur ein bisschen Wasser auf eure Pinselspitze und dann nur so die Kanten, damit das ein bisschen weicher wieder ist. Und ihr seht hier auch schon, dass das dunkle Blau, das gibt der Galaxie hier schon die erste Tiefe auf. Ich gebe jetzt auch in die Pink- und Lila-Töne auch nochmal ein bisschen Tiefe mit rein. Um jetzt den Blauton noch dunkler zu bekommen, einfach noch ein bisschen schwarz mit untermischen und so jetzt die Dunkelheit auch viel mehr rausbringen, wie ihr das hier seht. Unsere Galaxie ist jetzt trocken, die brauchen ein bisschen länger dafür, aber gebt ihr ruhig die Zeit, damit die Farbe voll aushärtet. Eine Galaxie ist natürlich noch nicht vollständig, wenn noch gar keine Sterne drauf sind. Das machen wir jetzt. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die zeige ich euch jetzt einmal mit einem Pinsel, so wie hier, oder eine alte Zahnbürste. Ich habe so eine vom Putzen genommen. Genau, und da habt ihr hier so weiße Farbe. Ich habe mir schon ein bisschen was drauf gemacht, da könnt ihr einfach so ein Deckweiß nehmen. Dann macht ihr hier so ein bisschen was drauf. So, sieht das? Genau. Und jetzt geht ihr so mit dem Finger einfach drüber. Bei der Zahnbürstenmethode müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil es manchmal nicht so ganz genaue Punkte werden, sondern dann kriegt man manchmal so ein paar Streifen. Das ist aber eine super Möglichkeit, um so ganz kleine, feine, weiße Punkte auf unserer Galaxie zu verteilen. Dann zeige ich euch jetzt mal die Möglichkeit mit dem Pinsel. Ich vermische das einfach noch mit ein bisschen Wasser. Und jetzt haltet ihr einfach euren Zeigefinger und wir lassen den Pinsel jetzt einfach auf den Zeigefinger schlagen. Und dabei, seht ihr das? Zack, zack. Dadurch bekommen wir nämlich so ganz große Sterne. Und wichtig ist, wie gesagt, dass die Galaxie schon komplett trocken ist, weil ansonsten verwischen nämlich unsere weißen Punkte mit der dunklen Farbe. Und das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen nämlich hier so schöne, klare Sterne. Umso weniger Farbe auf den Pinsel ist, umso kleiner und feiner werden eure Sterne. Das war's schon. Ziemlich einfach. Und der Effekt ist total cool. Und wir haben jetzt eine richtige Galaxie fertig. Dann können wir jetzt nämlich auch hier das Papier abmachen. Und unsere Galaxie lösen. Sieht das nicht schön aus? Guck mal, so sieht unsere fertige Galaxie aus. Ja, ihr könnt das jetzt so einfach einrahmen, verschenken. Ihr könnt noch ein schönes Lettering drauf machen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt mit weißer Farbe noch was Schönes draufschreiben. Oder ihr könnt das einfach so lassen. Ja, wie ihr das wollt. Ach, sieht das nicht toll aus? Und wie ich gesagt habe, man muss wirklich nicht mega, mega talentiert und eine Künstlerin sein, sondern einfach mit so ein paar Tricks und Tipps könnt ihr eure eigene Galaxie zu Hause einfach nachmachen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!